Tag auch und willkommen zu Let's Play Mystic Quest. Das Spiel wurde ursprünglich unter dem Namen Gemma Knights entwickelt und erschien im Juni 1991 als Seiken Nensetsu Final Fantasy Guiden in Japan, im November des gleichen Jahres als Final Fantasy Adventure in den USA und 1993 bei uns als Mystic Quest. Anhand der Titel sieht man, dass es sich hierbei um ein Spin-Off der Final Fantasy Reihe handelt. Genauer gesagt, es ist der erste Teil der Seiken Nensetsu bzw. Mana Reihe und hat nichts mit dem Super Nintendo Spiel Mystic Quest Legend zu tun, außer, dass es die ersten beiden Final Fantasy Spiele sind, die in Europa veröffentlicht wurden. 2004 erschien ein Remake namens Sword of Mana für den Game Boy Advance und 2016 ein weiteres namens Adventures of Mana für die Playstation Vita und Mobiltelefone. Die Remakes habe ich nie gespielt, aber das Original habe ich in den 90ern mal von einem Kumpel ausgeliehen und es in sehr guter Erinnerung behalten. Leider habe ich es damals nicht durchgespielt, was jetzt nachgeholt wird. Na dann, zuerst nehme ich noch ein paar Einstellungen hier im Super Game Boy Menü vor. Standardmäßig ist die Farbpalette 1A eingestellt, da bin ich kein großer Freund von, ich mag 4H. Wie ihr sehen könnt, sind das hier so grünliche B-Stöne. Ich hoffe, euch gefallen die auch. Dann stelle ich noch die Steuerung um auf Typ A. Ich spiele lieber mit der Y- und der B-Taste als mit der B- und der A-Taste. Und dann hätte ich gerne noch einen anderen Rahmen. Der graue Game Boy Rahmen gefällt mir nicht allzu gut. Ich mag diesen Kino-Rahmen. Den werdet ihr allerdings nur noch jetzt sehen, denn wie gewohnt summe ich wesentlich näher an das eigentliche Game Boy Bild heran und muss man dann für links und rechts was anderes einfallen lassen. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Der Mannerbaum wächst durch die Kräfte der Natur. Er wächst hoch oben auf dem Berg Illusia. Demjenigen, der ihn berührt, verleiht er überdische Macht. Dark Lord sucht nach dem Weg zum Mannerbaum, um dessen gewaltige Kräfte zu missbrauchen und die Welt zu unterwerfen. Bevor wir loslegen, müssen wir dem Helden einen Namen geben. Eigentlich heißt er Sumo und die Frau, die wir noch benennen sollen, heißt Fuji. Ich bin kein großer Freund von den beiden Namen, deswegen werde ich andere nehmen. Den Helden nennen wir Lyra. Was sonst? Und die Frau, nenne ich mal Kara. Mit nur vier Buchstaben hat man auch nicht allzu viele Möglichkeiten. Kämpfe. Direkt zu Spielbeginn werden wir hier in die Arena geworfen und müssen uns mit diesem dicken Monster auseinandersetzen. Ich mach mal den Kampf ein bisschen einfach. Ich werde mich einfach nicht vorm Fleck bewegen, dann kann er uns nämlich nicht treffen. Der läuft nämlich immer, ja quasi so ein Weh auf dem Fußboden ab. Oh, schnell weg. Die Explosion kann es nämlich schon erwischen. Lyra ist ein tapferer Kämpfer. Das ist er. Lyra und viele andere wurden gezwungen, jeden Tag zur Unterhaltung des Dark Lord zu kämpfen. Viele ließen dabei unnötige Leben. Willi. Mana ist in Gefahr. Die Gemma-Ritter müssen das wissen. Gemma? Geh zu Bogart bei den Wasserfällen. Er ist ein Gemma-Ritter. Er weiß, was zu tun ist. Gemma-Mana-Was? Willi? Willi! Willi entschläft. Werfen wir nochmal einen Blick auf ihn. Willi, ich räche dich. Alles, was wir hier haben, ist eine Tür, andere Wege gibt's nicht. Latsch mich also mal lang. Amanda, das mit Willi tut mir leid. Wir müssen hier raus. Ich möchte nach Hause zu meinem kleinen Bruder. Der Monstereingang führt nach draußen. Guter Hinweis, latsch mich nochmal lang. Apropos Amanda und Willi, ich bin ein bisschen neidisch, dass die mehr als vier Buchstaben für die Namen haben. Was soll's. Einmal hier den Gang entlang. Und schon sind wir wieder an der Arena. Kämpfe. Nochmal. Gegen nochmal das gleiche Biest. Mach ich genauso wie eben. Ganz unten am Bildschirmrand könnt ihr übrigens ein paar Statistiken sehen. LP unsere aktuellen Lebenspunkte. 19 ist das aktuelle Maximum. In der Mitte MP sind unsere Magiepunkte. Haben wir momentan maximal 6. Und rechts Gold bzw. Gil haben wir aktuell 50. Da drunter haben wir einen ziemlich langen Balken, der sich sehr, sehr langsam füllt. Wenn er ganz voll ist, können wir einen Spezialschlag machen. Das Ganze können wir im Level-Up auch noch skillen, dass er sich schneller füllt. Schon sind wir außerhalb der Burg. Einmal runtergeplumpst. Drei Möglichkeiten haben wir hier. Osten, Süden und Westen. Sind alle Sackgassen. Wir gehen mal nach Westen. Dark Lord und Julius. Was soll das alles. Du sagst, der Marderbaum ist doch ein Wasserfall? So ist es, Herr. Ganz oben im Schrein versteckt. Wie komm ich da hin? Die Wasserfälle hoch? Manchmal geschehen Wunder, Herr. Was? Ein Mädchen besitzt den Schlüssel dazu. Gut. Kümmere dich drum. Ja, Herr. Weg ist er. Was? Wer ist da? Das steuere ich jetzt nicht. Der läuft automatisch. Und wie von mir erwähnt, landen wir in einer Sackgasse. Du entkommst mir nicht. Und abwärts. Autsch. Wo bin ich? Wie kam ich hierher? Vermutlich über den Fluss angespült. Da kommen wir übrigens jetzt auch nicht rüber. Einzige Möglichkeit, rechts lang. Hier sehen wir ein paar Gegner. Kloppen wir die mal weg. Die Pilzgegner hier erinnern mich sofort an Secret of Mana. Da sieht man leicht die Zusammengehörigkeit der Spiele. Beide halt zeigenden Setsuchspiele. Da ist der Wasserfall. Und da oben sehen wir einen Probe-Puschel. Den klassischen Gegner aus Secret of Mana. Diese Fliegenden Wiese halten offenbar... Oh. Ein bisschen mehr aus, wollte ich sagen. Und machen auch nicht unbedingt wenig Schaden. Lauf ich mal lieber hier lang. Ah, ich denke, die Gegner sind mir lieber. Die dunklen Teile hier halten ein bisschen mehr aus. Da brauchen wir zwei Schläge. Übrigens, wenn ich stehen bleibe und schlage, holt er richtig aus und vertreffe noch wirklich alles, was das Schwert berührt. Wenn ich in der Bewegung auf die Schlagkiste brücke, stehe ich ja nur zu. Noch zwei Lebenspunkte. Okay, aufpassen. Ich will jetzt nicht direkt zu Spielbeginn verrecken. Das wäre ein bisschen peinlich und traurig. Nächster Level. Lebens- und Magiepunkte erhöht. Okay. Oben links sehen wir den Namen Lyra. L1 heißt, wir sind Level 1. Rechts daneben steht unser Befinden. Ist aktuell gut. Gibt natürlich noch andere Zustände, wie zum Beispiel vergiftet. Heißt hier mein ich übel. Dann würde das da drin stehen. Darunter E-Erfahrungspunkte. Wir haben momentan 16 von 16, die benötigt werden für ein Level-Up. Links am Rand sehen wir die Lebenspunkte. Haben wir momentan nur noch zwei von 19. Darunter die Magiepunkte. 6 von 6. Darunter AP. Im Englischen heißt es Attack Power. Ich habe leider keine deutsche Anleitung zur Hand. Ich weiß nicht genau, was es heißt. Vermutlich Angriffspunkte oder Attackepunkte oder Power. Keine Ahnung. Darunter im Englischen DP. Defense Power. Zu Deutsch wahrscheinlich Verteidigungspunkte. Verteidigungspower. 6. Ähm. Das ist nicht nur die Verteidigung gegen physische Schäden, sondern auch gegen magische Schäden. Rechts unten haben wir die GS. Vermutlich Goldstücke. Und da drüber unsere vier Attribute. Immun, Kraft, Reife und Wille. Ich drücke mal kurz. Nächster Level. Wir dürfen eins davon erhöhen. Ich entscheide mich jetzt für Kraft. Wenn wir das nehmen, steigt die Kraft um zwei. Zwei andere, in diesem Fall Immun und Wille um eins. Und die Reife steigt nicht. Ist bei den anderen ähnlich. Das, was wir aussuchen, steigt nochmal um zwei. Zwei andere um eins und eins gar nicht. Wenn wir die Kraft erhöhen, haben wir mehr Schaden beim Zuschlagen. Erhöhen wir Immun, kriegen wir mehr Lebenspunkte. Und ich meine auch Verteidigung. Erhöhen wir die Reife, würde sich die Magiepunkte und auch der Schaden durch unseren Zauber erhöhen. Darf wir momentan noch nicht zaubern können, ist das ziemlich egal. Und Wille erhöht, meine ich, die Geschwindigkeit, mit der sich unten dieser Balken, die ich vorhin erwähnt habe, füllt. Kraft ist am Anfang ziemlich wichtig. Deswegen werden wir das auf jeden Fall die ersten paar Level-Ups immer nehmen. Wir haben uns auch wieder geheilt. 19 Lebenspunkte. Der hat eine Kiste hinterlassen. Gebt ein Bonbon. Kennen wir auch aus die Good of Mana. Weg mit der Kiste. Heilt Lebenspunkte. Kann man eigentlich mal ausdrösten. Ich drücke mal kurz Start-Dinge. Quasi unser Inventar mit den Items. Magie ist momentan nichts drin, weil wir noch keine Zauber haben. Frage können wir momentan auch nicht stellen, wenn wir alleine sind. Waffe können wir mal reingucken. Wir sind mit einem Breitschwert ausgerüstet. Haben Bronzehelm, Bronze Rüstung und Bronze Schild. Einmal in die Dinge. Da ist der Bonbon. Gleich mal ausrüsten. Ist jetzt auf der B-Taste. Wenn ich Select drücke, Bud für Batterie. Da können wir speichern. Card gibt eine Kartenvorschau. Und Status haben wir eben schon gesehen beim Level-Up. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir befinden uns offenbar südwestlich von der Stadt. Da wollen wir gleich hin. Na. Hat jetzt noch nur zwei Schadensmodelle gegeben. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, dass es weniger ist. Oder sich die Erhöhung von unserer Verteidigung da schon so gelohnt hat. Hilfe! Hilfe! Zwei Pilze machen wir mal schnell platt. Haben wir. Mädchen, Hasim ist schwer verletzt. Werfen wir einen Blick auf Hasim. Oh. Bitte bring dieses Mädchen nach Wendel. Und suche Bogart. Er wird dir helfen. Bitte. Hasim. Hasim. Hasim entschläft. Noch nicht lange im Spiel und schon zwei Tote. Oh nein. Hasim. Lass mich nicht allein. Ich suche auch nach Bogart. Warum kommst du nicht mit mir? Darf ich? Ich kann dich hier nicht allein lassen. Ich bin Dürer. Nenn mich Kara. Dann steuern wir jetzt mit ihr... Uh, hier ist einiges los. Die Stadt an. Reicht für so ein schwarzes Ding auch schon ein Schlag? Ne, war dann jetzt wahrscheinlich auch Zufall? Weiß ich nicht genau. Und da sehen wir den Holzzaun quasi von der Stadt. Hallo. Willkommen Toppel. Gas zu Haus. Wollen wir jetzt gerade mal nicht rein? Geht da mal weg, Mäuschen. Man kann da nicht durch sie durchlaufen. Wenn man gegen den NSD gegenrennt, bleibt man automatisch stehen und quatscht mit dem. Ist teilweise ein bisschen störend. Ich hörte, dass Dark Lord nach einem Mädchen sucht. Sie soll das Geheimnis des Malerbaums kennen. Spricht sich ja schnell rum. Der alte Mann in den Wasserfällen ist mirrisch. Einst war er ein galanter Ritter, aber jetzt... Da ist die Rede von Bogart. Na, genau das meinte ich. Was machst du denn da drüben? Mach's gut. Der ist irgendwie auch ziemlich drollig eingesperrt. Der Waffenladen. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Was hast du schönes? Bereitsperrt haben wir schon. Einen Eisenhelm 540 können wir uns momentan nicht leisten. Das ist der Itemladen. Jetzt ist auch der Typ hier. Was hast du uns zu erzählen? Dark Lord ist so grausam. Nicht auszuhalten. Hier ist auch nochmal ein Haus. Der Mana-Baum wacht über uns von ganz weit oben. Er beschützt uns vor dem Bösen. Okay, ich werde Toppel jetzt verlassen und auf Screen ein bisschen grinden, um die belötigte Kohle für den Eisenhelm ranzuschaffen. Wahrscheinlich werde ich auch noch ein bisschen mehr machen, damit wir noch ein, zwei Level aufsteigen. Weil wie ihr gesehen habt, laufe ich jetzt ja nicht gerade so selten in so einen Gegner rein. Das ist erledigt und wir sind mittlerweile Stufe 6. Hier seht ihr den aktuellen Status. Goldstücke haben wir noch knapp 400 und das, obwohl ich den Helm schon gekauft habe. Dann rüsten wir den mal aus. Verteidigung 11. Jetzt 12. Bringt nicht unbedingt die Welt, aber besser als nix. Den Bronzerhelm können wir dann wieder verkaufen. Warum uns das in die Gegner nicht gerade wenig fallen? Davon habe ich auch schon ein paar verkauft. Den Helm werden wir für 32 wieder los. Und dann sind wir den Toppel fertig und können uns auf den Weg zu den Wasserfällen machen und schauen, ob wir dort Bogart finden. Also erstmal weiter nach Osten. Für die Biester brauchen wir mittlerweile auch noch einen Schlag. Ruhig mal was stehen lassen. Bisschen zügig ja hier durch. Fällt ja sonst doch ein bisschen auf. Wahrscheinlich nur ein Bonbon. Jo. Auch dafür brauchen wir nur einen Schlag. Nicht schlecht. Zwei auf ein Streich. Schön daneben. Na komm, endlich mal ein Poker-Puschel. Kraxeln wir hier mal hoch. Das Gebiet mal merken. Hier schneide ich später wieder hin. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können rechts und links hoch. Wir gehen erstmal links lang. weiter nach oben. Weiter nach oben. Wieder hoch. Und hier ist direkt am Wasserfall ein kleines Haus. Da ist ein alter Knacker. Da ist ein alter Knacker. Verzeihung, ich suche jemanden namens Bogart. Keine Reaktion. Nochmal anrempeln? Ich weiß gar nichts. Nochmal. Nochmal. Das ist das Mana-Amulett. Meine Mutter gab es mir. Bist du der Gemma-Ritter? Ja, das war damals, als Vandul versuchte, die Welt mit Hilfe des Mana zu erobern. Wir kämpften gegen sie um des Friedenswillen. Aber ohne Erfolg. Die Macht des Mana war zu stark. Aber es gab eine edle Frau, die uns zum Sieg verhalf. Jene Frau trug dieses Amulett auf ihrer Brust. Es scheint, dass du, Mädchen, der Schlüssel bist. Hol die Spitzhacke aus dem Nebenraum. Gehe nun in die Höhle auf der Ostseite der Berge. Benutze die Spitzhacke, um Felsen in den Höhlen zu zerr... Trümmern. Besuche Kibber in Wendel. Er weiß mehr. Kibber, Zubber. Wir sprechen mal Kibber aus. Und hier haben wir einen Pickel, beziehungsweise die erwähnte Spitzhacke. Damit machen wir uns zurück auf den Weg zu der Stelle mit den Ranken, die ich vorhin erwähnt habe. Da sind wir wieder. Ein Kram beseitigen, was ich euch mal zeigen kann. Wenn wir jetzt nämlich Kara fragen... Lass mich deine Wunden heilen. Und schon verpasst ihr uns ein Hot. Sprich, über einen kurzen Zeitraum hin, regenerieren wir ein paar Lebenspunkte. Können wir unbegrenzt oft machen. Ist ganz nützlich. Die Selbstrichtung bringt jetzt auch keinen Schaden, greift nicht an und sammelt auch keine Erfahrungspunkte. Und hier kommen wir halt nur mit der Spitzhacke weiter. Also legen wir die einmal an. Die Zahl hinter den Dingen gibt übrigens die Anzahl der Anwendungen an. Na, ich sollte auch die richtige Taste nehmen. Und schon sind die Felsen aus dem Weg geräumt. Ja, ich dachte, die kommen wir schnell rum. Kommen wir hier auch schnell wieder raus. Den Pilz habe ich glaube ich gerade ein bisschen geschoben. Das geht mit dem Schild vorne. Darum kann man auch einige Geschosse abwehren. Wenn man natürlich nicht gerade schlägt, dann ist der Schild natürlich nicht vor uns. Komm, weg mit dem Bein. Noch mal reingerannt. Ab wo rein, rennen wir hier noch mal rein. Und das ist ein Händler. Einzigartiger Axt für nur 150 Goldstücke. Möchtest du sie? Logisch. Wunderbar. Möchtest du irgendwas? Was hat er denn noch? Lebe steht glaube ich für Lebensenergie. Hat zwei Ladungen. Baumungsamt immer noch eine Ladung. Salbe ist gegen Vergiftung bzw. Übelkeit. Mit drei Ladungen. Auge sind Augentropfen. Ebenfalls mit drei Ladungen. Gegen Blindheit. Schlüssel hat vier Ladungen. Davon nehmen wir mal... Oh, ne, wo ich mal zwei mit. Einmal. Und zweimal. Damit kann man einige Türen aufschließen. Vorsicht, da vorne wird es sumpfig. So sieht der Sumpf aus. Achso, Moment mal. Wir können die Axt auch mal ausrüsten. Aktuell haben wir 16 Angriff. Jetzt 20, deutlich mehr. Sackgasse, also weiter nach Süden. Hier sieht man auch mal ein paar neue Gegner. Das Geräusch verrät uns, dass wir den Gegner nicht verletzen können. Zumindest nicht mit der aktuellen Waffe, die wir angelegt haben. Hier kommen wir auch schon wieder aus dem Sumpf raus. Oh, wo ist das Bubbelding hin? Da. Ich meine, die können uns auch vergiften. Hier haben wir eine Burg. Willkommen bei Cats. Die oberen Räume sind belegt. Das Westzimmer steht zur freien Verfügung. Du kannst nicht durch diese Tür. Sie ist Han Lee vorbehalten. Gucken wir hier mal rein. Die sieht aus wie eine Weißmagierin aus Final Fantasy I. Das Nest der großen Eidechsen liegt im Süden. Sie besitzen den Schlüssel zu der Höhle im Sumpf. Der Spiegel zeigt das wahre Gesicht der Menschen. Man sagt, der Mann hier schmiss ihn in eine Höhle. Das merken wir uns auf jeden Fall schon mal. Das ist das besagte Westzimmer. Dann holen wir uns hier mal aus. Lyra, was ist los? Nimm die Lebensmagie entgegen. Ja, das wäre hilfreich. Schau hier. Du erhältst den Lebenszauber. Zauber erlernt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, neues Opfer. Guten... Kara ist fort. Komisch, dass er nicht wach geworden ist. Quatsch mal mit ihm nochmal. Willkommen bei Catzias, hast du uns schon gesagt. Mhm. Danke. Deine Freundin? Nein, ich kenne sie nicht. Na sogar, ob du sie kennst oder nicht, war auch nicht meine Frage. Gut, in der nächsten Folge treffen wir uns dann hier wieder und gucken mal, ob wir den Schlüssel und die Höhle finden, die die anderen Gäste erwähnt haben. Übrigens habe ich meine Spieleberater durchblättert und bin in Nummer 2 fündig geworden. Die Handlung wurde kurz angerissen, ein wenig zu Waffen und Geheimtüren erklärt und vorgegeben, in welcher Reihenfolge man welche Gebiete aufsuchen sollte. Auf den folgenden sechs Seiten sind die Karten einiger Dungeons abgebildet, die man erst in der zweiten Hälfte des Spiels durchläuft. Wer also nicht gespoilert werden möchte, sollte das Video jetzt beenden. Ich danke euch dann schon mal wie immer fürs Zusehen und sag bis neulich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020